So Leute, wie ihr seht sind wir heute in Pirmasens in der Festhalle und aufgrund von Corona kann ja auch dieses Jahr, jetzt gerade am Anfang, vieles nicht stattfinden und wir filmen das Ganze heute für das Kulturamt von der Stadt Pirmasens und wir nehmen das mit, behind the scenes, viel Spaß. Bereits vor einigen Wochen durften wir für das Kulturamt der Stadt Pirmasens für die deutsch-französische Woche filmen. Da die Woche dieses Jahr digital stattfindet, musste noch einiges gefilmt werden. Deshalb waren wir in der Festhalle und haben dort einen musikalischen Beitrag von Max Riefer produziert. So Leute, das war es mit Film und Foto Insights für diese Woche. Wir hoffen, das Video hat euch wie immer gefallen. Wenn ja, gebt uns den Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann gebt uns trotzdem den Daumen nach oben und folgt uns auf all unseren Social Media Kanälen. Wir haben wie immer alles unten in der Videobeschreibung für euch verlinkt und dann sehen wir uns nächsten Freitag, hören uns nächste Woche Montag im Podcast. Bis dahin, macht's gut. Ciao.